Willkommen beim Großglockner Bergtrail, das Wetter ist ok, Startblock 1 ist schon draußen, jetzt kommt Startblock 2 und 10 Minuten später kommen wir. Die Corinna ist ganz vorne, Corinna, was hörst du da? So, auf in den Startblock. Was hörst du da? Wie? Die Ärzte, haben wir was von den Ärzten für die Corinna? Was hältst du da? 3, 2, 1, let's go! Wohhhhhh! 4, 2, 1, go! Geht die Ärzte für die piper!? Balls! Ja, das sind sie sicher! Jawohl!! Ja, das sind die Spitzen, ja! Ja, wir hatten mal Bad, wir haben auch Zeit, ja! Ich hab ja es gesehen, wir haben hier passiert. Applaus 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 Aber Hauptsache es ist nicht so heiß wie vor Wochen Ja das geht Um wird es kälter Ich bin in Kursamarsch in 33er gekriegt Okay Katastrophe Sowas von hart Woher gehst du schon um? Hat es geschneit? Ja das ist mein Lieber Lieber Schnee Bei dem Bremsen habe ich kein Problem gehabt Also runterwärts Die Finger nicht mehr recht hab Ja das ist klar, runter ist blöd Das war jetzt ja zwei Kilometer Ja Sehr gemütlich Ja Und jetzt Geht es rein Zwei Kilometer Steigung Ich würde sagen 26% Geht Da aufhören Und da wird es jetzt besser Ja 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 Wuh, 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 wuh. Oh, 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 oh. Das war ein Stück Nummer eins. Jetzt kommen wir gleich zur ersten Lade. Das war's. 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 Super. Oh, bravo. Das war's. 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 Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das war's für heute. Oh, 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 oh. und wieder auf 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 und 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 unterwegs. 1 Stunde 32 sind wir unterwegs. Ich bin um 10 Uhr vorher, ziehe ich die Stadt. Super, gewaltig. Hopp, 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 super macht ihr das. Sehr gut. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das war eine Maschine. Was ist das denn? Super stellbar! Wieso? Wieso? Das war's für heute. Put them off Put them on Ja, das ist gut. Das war's für heute. Schwindigkeitskontrolle, ach, Schwindigkeitskontrolle, das ist zu schnell. Schwindigkeitskontrolle, das ist zu schnell. Das ist echt geil hier. Das ist zu schnell. 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 Yay! cumple shades Ganz habe ich es nicht eingeholt, aber in neun Minuten habe ich gut gemacht. Robert! Heinrich, komm raus! Heinrich, komm raus! Heinrich, komm raus! Der Hund wartet auf dich und du musst den Schweinehund besiegen. Jawoll! Super! Bravo! Super! Heinrich, komm raus! Super! Heinrich, komm raus! Super! Super! Almost it! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020